Ich hab nicht die Äpfel gegen genannt Boah, das war Activision präsentiert Eine Begegnung mit der Vergangenheit Entwickelt von Vicarious Visions Es ist Crash Bandicoot Und hier kommen wir zu unseren LP, unseren neuen Aber unseren gemeinsamen LP Von mir ist das sie Und ich hab meinen kleinen Leon auch dabei Und wir beide, let's playen jetzt der Crash Bandicoot Ja Leon? Machen wir das denn Machen wir unser lustiges Mama? Ja? Geh raus Geh raus Geh raus Geh raus Ah, leg ihn raus Schau, da ist eine geschnitte Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Endlich frei ist frei nein das darf nicht wahr sein großes unheil kommt auf uns zu es war dieser verflixte beutel der axt tief aus meinem tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache anweisungen geschickt doch du hast die edelsteine verloren du hast die kristalle verloren und ich ich habe die geduld verloren es gibt keine andere energiequelle auf diesem planeten ich weiß wir hatten ein paar bedauernswerte aber weil dann stückerei mich freigesetzt hat fühle ich mich großzügig es gibt noch eine möglichkeit die nötige macht für die versklavung dieses planeten zu bekommen und dieses mal dieses mal sagt der große uka uka dafür dass du es richtig machst nach eonen wurde mein böser zwilling uka uka aus seinem unterirdischen gefängnis befreit ich habe ihn dort vor langer zeit eingesperrt um die welt vor seiner bosheit zu beschützen jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden kinder uka uka und cortex wollen die zeitstrudel maschine benutzen um kristalle zu sammeln die in der zeit verstreut sind ich habe euch hier geholt um die kristalle zu bergen bevor ihnen das gelingt das zeitportal öffnet sich wenn ihr euch auf einen schalter stellt und von dort ins portal springt viel glück so jetzt haben wir uns gehört ja lernen spüren wir crash ja erst einmal wird gesperrt wir mussten unseren alten speicherstand loschen damit man den aktivieren kann das ja und ich habe auch eine maske bald werden wir ja sehen welche von ihnen mächtiger Leon, du drückst es ja schon wieder. Du drückst diese kurze Zeit immer gern weg. So, Leon, geht schon. Darfst du an die Wind selber spielen. Da links habt ihr wieder die Anleitung. Uga Uga, das ist aber der Böse. Das ist der Tiger. Na geht schon. Ich dachte du kickst sie Leon. Ja, so macht die Tiger den. Na lauf. Da kommst du jetzt nicht mehr hoch. Schnell, bevor die Tiger dir wieder was an tut. Ja, du wartest nur bis die Mel macht. Ja. Komm schon Leon. Laufen. Ja, lauf und nimm dir direkt zu mir. Huba Huba. Huba Huba. Uga Uga? Sehr gut. Ui. 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 Los gehts. Ja. Ui. 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 Ui, noch was sie. Super. Ja, toll gemacht. Ja, das geht. Ja, das geht. Na, Uga, Uga ist der Böse. Bravo! Direkt davor geschleudert. Na, komm. Kick den. Super. Los geht's. Sehr gut. Nicht die Äpfel gegen die Mann. Boah, das war echt knapp, Leon. Das war wirklich knapp. Ja? Musst aber noch ins Ziel, komm. Ja? Na los, ins Ziel noch. Du bist ja noch nicht im Ziel. Du darfst dich nicht zu früh freuen. Ja, da oben ist noch eine. Du bist ja noch gar nicht im Ziel. Du musst wirklich jedes Tier kicken. Litzki. Da komm, und? Mama, ich ran. Boah. Gut gemacht, Leon. Mama, ich ran. Mhm. Mama nimmt das... Mama nimmt das Tier raten. Mama geht wieder zum Tiger. Tiger. Mama, geh mit dir tot. Nein, nicht zu einer Katze, nicht zu einer Tiger. Baby-Tiger. Ja, eh, Tiger. Ein Baby-Tiger. Das ist keine Katze. Du machst jedes Tier. So macht aber jedes Tier, ja. Von... von Rabe-Tiger halt. Ja, nehm. Schau mal, da stehen die Männer mit so komischem drin, da. Das ist ja wirklich komisch, da stehen welchen... Schießen auch noch so. Jetzt haben wir's gerade. Ui, alle Kisten haben wir wieder. Hm? Haben wir die Kisten kurz, schau? Gut, tschüss. Leon drin? Ja, gut. Da. Jetzt darfst du wieder. Dein Garten. Ja. Ja. Da. Jetzt darfst du wieder. So. Geht schon Leon. Nein. Oder magst du wieder zu deinem Boot fahren? Musst du ganz hinterher. Genau. Das ist ein Boot dran. Geh da rein, wenn du willst. Ja, dann geh rein. Geht schon. Ja, geht schon. Ich mache etwas. Ich mache die 4, ja.